Jetzt reicht's. Einfach über Horten drängen. Lasst meins für Arschgaule in Ruhe. Wie lang hat er gebraucht? Kriegt man eine Roomtour? Können wir nachher machen, wenn wir zurückkommen? Von mir aus. Wie lang hast du gebraucht für das Zug? Keine Ahnung. 20 Minuten. Ja, lass deine Hyänenruhe. So. Ich hab keine Ahnung, wo Barry ist... Äh, Fluss entlang. Oh, sorry. Ich hab nämlich geholfen. Äh, wir sind zu weit, wir müssen nach links. Zu euch, Schwein, hab ich nämlich geholfen. Hä? Wo willst du hin? Ja. Da wo Artya ist, da sind die Abschaubentiefen. Oh, stimmt. Ella! Ja? Oh, cool. Bleib doch nicht immer stehen. Entschuldigung. Oh, ich bin fast tot, Alter. Ja, ich sag doch, bleib nicht immer stehen. Ja, ich muss doch... Hast du nicht gemacht. Da, geh mal auf die Insel, da. Oh, ist nicht tot. Hast du nicht gemacht. Ich hab doch gesagt, geh mal auf die Insel, Mensch. Kann jemand meinem Pferd mehr auffolgen? Alter, wie soll ich da jetzt... Oh Gott, ich muss den ganzen Weg laufen. Oh mein Gott, bist du los. Ich kann dein Pferd nicht auffolgen sitzen. Ich kann nur versuchen, uns zu beschützen. Ja, wenn du absteigst und es auf Folge drückst und dann wieder auf deins draufsteigst, dann folgst du dir. Lauber! Du hast sogar eine Mächte. Wie soll ich denn auf dein Pferd aufsteigen? Ist doch nicht mein Pferd. Soll ich nicht aufsteigen? Ach so. Ja, aber kriegst kann, da ist mit uns im... Ja, das wär geil, weil hier ist nämlich grad... Ist gerade so... Gar kein Thema. Ja, hier ist noch ein großer. Ich laufe mal mit dem in den Kreis. Hier noch ein großer. Ich hab auch keinen großen. Das wie dauert es ja so lange. Die hat uns ins Verderben gerettet. Ja, ich wollte grad sagen, ich hätte euch eigentlich sagen sollen, wie das endet, wenn ihr mit mir irgendwo hingeht. Ja, ich wusste es ja, aber dass du genau zwischen den Hardcore-Bodilen hängen bleibst. Das war jetzt... Seltsam. So, jetzt lass die große wegmachen, bevor du das fett hörtest. Mit den beiden Schwertern sollten wir eigentlich problemlos hinkriegen. Hallo. Ist dein... Ist dein... Ist dein auch aufgebessert? Nee, noch nicht. Meinst du es nämlich schon komplett auf Hardcore? Ja. Gluck, gluck. Wie geht's deinem Leben? Komm mal her. Ja, warte. Hier. Oder hast du auch welche? Ich... Ah nee, die hab ich noch nicht, weil ich sag's ja... Dann... Das sind die guten. Oh, hm. Hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Ich hab vergessen, meinen Counter auf null zu setzen, ne? Wie viel Tote hab ich jetzt da stehen? Mach mal jemand aus. Wofürzeichen. Riff? Bella. Ja. Ist das dein Ernst? Was? Ein argosanisches Cotschwert? Ja, warum? Weil das nur zuhörtig Schaden macht. Ja, mehr... Ja, und meine Dolche machen noch weniger. Ich hab noch keine guten Waffen. Ich muss erst leveln, damit ich wieder skillen kann. Ja, nein. Deswegen will ich ja da irgendwas machen. Wenn wir wieder bei mir sind, kriegst du erstmal ne vernünftige Waffe. So geht das nicht. Okay. Ja. Fünfmal hat Billigen Korn schon verweck pusht. Äh... Oh, Alter. Oh, bin ich gerade erschrocken. Du kannst ihr Pferd mitnehmen, oder? Ja, mach das mal bitte. Wir müssen mich da rüber. Auf die Plätze. Streck die Hände. Komm schon mal. Ich bin da jetzt wieder rüber. Das ist ein bisschen Stall. Also das ist eigentlich kein bisschen. Hier kommt es nicht. Bis Bella da ist bestimmt. Äh... Fäuste machen, Mann. Fäuste machen, Mann. Du zu mal. Vergiss nicht, du kannst nur noch einen Folgen lassen. Also kann sein, dass du erst deinen Pferd rüberbringen musst. Ja, ich merk's. Ne, normal wenn er... Normal wenn er es auf Folgen drückt und dann auf sein Aufsteiger müsste das hinterher laufen. Das geht. So. Oh. Miiiieieieiei. Tschüss. So. Sitzplatz, Hundebruch. Danke Purly. Äh, Oki. Oki war's. Ich dachte, Purly war's. Stell's mal bitte n bisschen näher da hinten an den Stall. Oh, hier ist sogar ein Zäunchen. Oh Gott, ich bin so am Arsch, ja. Okay, okay. So. Mach's jetzt. Wieso, ich muss unterdachen. Ah! Boah, nein. Was denn still? Warum erschreckt ihr mich so? Hör doch auf damit. Wie, too far? Wird's mich verarschen? Dann wurde bereits eingefordert. Ja, ja. Du musst ein Stück weiter wegbewegen. Oder du machst einfach Folgen. Und machst dann einfach nicht mehr Folgen. Oh mein Gott. Ich hab' den Asser noch am Arsch. Hier hin sollte es wieder gehen. Na, du musst jetzt da stehen bleiben. Bleib schön. Ich hab' meine Augen trennen heute so. Was ist denn da los? Oh. Jetzt hab' ich nen Scheiß wieder am Kopf. Danke. Wem gehört denn dieses hübsche Bauwerk hier eigentlich? Bam Jam. Bam Jam. Warum ist der Name Rot? Welcher Name? Fabric? Vom Bam Jam. Ey, Leute, ihr seid Arschlöcher. Wirklich. Hm, hübsch gebaut. Willi! Willi! Ist das da unten ein Bosskrokodil? Da will ich aber nicht wohnen, da. Ich wollte auch nicht in die Bosskrokodile, aber irgendjemand ist vorgerannt. Jaha. Willi, danke für 200. Einmal klippen, da wird nix geklippt. Wissen. Was geht denn da oben ab? Seht ihr das? Da leuchtet es? Ach egal, ich würd's gar nicht wissen. Ich bin nackt, ich hab nix. Ich lauf weiter. Ach so. Sollten wir vielleicht die Leiche aufheben oder so? Äh, nur da komm ich eventuell gleich hin, hoffe ich zumindest. Dass ich nicht schon wieder... Nicht schon wieder sterbe. Okay, dann ruhig du 60. Hallo! Leute, cool, lass doch los. Oh Gott. Ey, ihr macht mich fertig grad, gell? Ich konzentriere mich hier grad nicht zu sterben. Ich mach hier grad nix. Okay. Hi, Willi. Äh, Michi... Hi, Willi. Lass mich aus, ich bin durch. Das heißt, ich bin Heilpraktiker, lass mich durch. Oder? Wie Tanjo gesagt hat? Oh. Was hat er gesagt? Warte, wie war das? Ich bin die Frau, der die Ärzte vertrauen oder irgendwie sowas. Ach, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Da ich sehe, dass du nicht mal bei mir angekommen bist, geh ich mal kurz auf Klo. Äh, ja. Hätt's jetzt Nase und Sattel bei? Ah ne, kannst ja sowieso nicht meine Nase benutzen. Ha, schade. Äh, ja. Ibeam's auch gleich wieder da. Ja. Stand schon eigentlich noch da? Oder ist er schon... ...ersteckt in seinem Husten? Ich bin noch dran. Oh, ok. Es wird ja immer schlimmer, aber... Jetzt bin ich bei Patschi... Lauf ich irgendwie in die falsche Richtung? Nee. Doch, nee. Ah! Probe die. Kann ich da über den Berg laufen und bin dann schneller? Theoretisch ja, ne? Haha. Verarsch mich, Alter. Ah, no. Oh, und dann noch bei mir. Ja. Ich lock aus. Ähm. Ja, nee. Jetzt bleibst du da. Ich komm zurück. Ja, wir gehen zurück. Wir machen das dann doch mal anders. Ich hab schon alles fast freigeräumt. Bis vor dem Eingang. Ja, Marion, hab ich doch gesagt, da kriegt man fast Mitleid. Aber Tansu, ich hoffe, du hast hier einen Krankenschein genommen. Was? Nein. Ich hab Urlaub, Mann. Ja, aber du bist doch krank. Ja, und? Ich komm hier runter von meinem Sturm. Ich hab ja schon mit 20 Euro. Bist ja nackig. Hi Gunther. Ja, ein bisschen. Ich bin eventuell ein bisschen gestorben grad. WB, Juni, äh, Uschi, Alter. Macht ihr die Säuberung uns? Ja, ja, klar. Wenn die jetzt gleich stattfindet, äh. Aber mir wird nicht angezeigt, wo die Purchase ist, ne? Bei mir. Schwarzwelt. Schwarz. Schwarz. Schwefelfelder, verdammte Axt. Was, Schwefelfelder? Ach, aha, aha. Ach, war du da was hingebaut hast, oder was? Ja. Warum tust du sowas? Das ist meine Farm-Days, aber lass mich nur an. Ah, aha. Jetzt krieg ich... Drop the base. Krieg bei jedem Anschluss, weil er zu groß ist. Vermutlich ja. Ihr braucht nicht kommen, alles gut. Hey, du bist doch GP. Ist doch XP für euch. Ist doch XP für euch, alles gut. Und besser die Farm-Base für grad gemacht, als bei uns zwei hause. Richtig. Ja, für was denn die Farm-Base? Anstatt das Zeug einfach zu holen und heimzulaufen? Genau deswegen. Geh mal, geh mal in den Feuerkessel. Guck da mal rein, da guckst du mal, wie viele tausende Schwefel da liegen. Ja, aber du musst ja sogar so das Zeug nach Hause bringen. Ja, erst mache ich meine Taschen voll und dann gehe ich nach Hause. Okay. Hat aber nichts mit der Base zu tun. Theoretisch. Der neue Harry... Der neue Harry Potter Teil. Tansche und der geheime Feuerkessel. Oder der geheime Schwefelsee. Also ich bin gleich bei meiner Leiche. Der Schwefelsee ist ja dann theoretisch... Ja gut, um die Ecke jetzt auch nicht unbedingt, aber nicht so weit weg. Da können wir nämlich dahin jumpen. Gut, dass hier so viele Krokodile sind. Ich kann ja immerhin leveln. Das ist schon mal was Gutes. So, ich habe jetzt halt auch keinen Nachricht. Ich habe ein mächtige Bär mitnehmen können. Ich habe ein mächtige Bär mitnehmen können. Ähm... Er wird auch? Seid so anzufrieden. Ne, du bist krank. Ich habe heute mitleid mit denen. Ich bin heute nett. Aha. Jetzt war das von mir lachen. Ja, dann kann ich ja weiter brauchen. Okay, du kriegst doch Anschluss. Der Anschluss interessiert dich sowieso. Was soll ich dich anscheiße? Ach ne, jetzt hat mein Hygiene echten Baby abgewuchst. Wollen wir mal einer sagen, wo man ja gleich hier ist? Ah, hier. Wo seid ihr? Jungs? Mit meinem Pferd? Auf dem Weg zum Schäfelsee jetzt. Achso. Ja, es wäre cool, wenn ich mein Pferd hätte. Hm? Ne, das habe ich nicht. Fashi? So, da bin ich wieder. Okay, er ist wieder da. Wo bist du mit Pferdchen? Drüben auf der Insel. Da, wo du gerade hinschaut hast. Ah, okay. Wir haben ein Problem. Wir haben Purch bei Tanchos Farm Base. Das heißt, wir müssen zuerst die Purch wegklatschen, bevor wir den Rest machen können. Was ist da? Schwefelsee. Ist doch nicht groß, die Base. Ich hätte ich sonst fast gesagt, reitet erst und holt euch den Obelisken. Ja, dann machen wir das gleich. Juhu. Hi. Wer steht denn hier rum? Ach, das ist super schön. Haha, du musstest ihn jetzt auch umrennen, ne? Der Logo. Haha. Ähm. Dann lege ich mir jetzt erstmal eine Bettrolle hier hin, bevor ich wieder irgendwie verweck auf das Wundersame Weise. Und da kann ich gar nicht, muss ich weiter vorne tun. Hier. Hier. So. Und dann reiten wir los. Dumm, schweif es rein. Okay, einmal außen rum quasi. Ey, bleib stehen! Ach du meinst, der fährt okay. Ich drück E, will aufsteigen und rennt weg. Sau. Kann man denn eigentlich da einfach oben an der Obelisken? Ja, hinlaufen, E drücken, weglaufen. Weißt du was. Du musstest mal außen rum, oder? Mhm. Dann müssen wir hier gleich irgendwo hoch. Wegen was? Wegen dem Obelisken, dann müssen wir ja sowieso, aber... Ach so, ja den holen wir nachher. Weiß ja. Dann müssen wir sowieso hoch, weil da hinten kommen wir nirgendwo hoch. Ja, ich war jetzt einmal komplett außer rum gepimmelt. Dass wir, äh... Aber da kann man sehen, wie verwirkt man mit Zetaum ist, ne? Mit Slashraum. Ah, Ella ist wieder da. Bin begeistert. Ja, wir müssen... Echt jetzt? Welcher Arsch haut mir jetzt nirgendwo da rein? Ja, wo bist du jetzt... Seid ihr mir jetzt unkehrenden, oder was, oder wie? Äh, ne, wir laufen gerade hier seitlich hoch an der...